Ok, und weiter geht's. Wo wollen wir hin? Wir wollen, wir wollen dann auf da rauf. Komm, lass uns drauf. Ah, wie ich die Aufziehkasse. Wir brauchen den roten Key, richtig? Jupp. Red Key. Das heißt also, irgendwo ist hoffentlich dieses Mal ein Schlüssel, der... Nein, hier waren wir... Waren wir hier schon? Nö, sieht's uns genauso aus. Und... Ach, geh weg. Ruderschlüssel, er braucht einen blauen, richtig? Nein. Äh. Ah! Ach du Scheiße. Das ist wirklich nicht nett. Nicht nett. Ach, das ist bloß ein Ruder. Äh, Ruder, ja. Er ist rot. Nein, die roten sind die schlimmen und die... Naja, die gehen noch. Und... Ah, ich brauch keine Munition. Ich brauch nen Pflaster, oder... Irgendwas. Andere ist, dass mich heilt. Medkit, oder... Zu. Ja. Was ist da noch so? Keine Geek... Oh, Medkit. Medkit! Ja, 30. Damit lässt sich schon wieder Ehe arbeiten. Und... Komm ich da irgendwo noch rein? Nein. Darauf komm ich auch nicht. Denn so hoch kann ich nicht springen. Und... Wo muss ich denn langschöpfen? Eieieiei. Ach. Hab dann. Boah, das ist eine gute Idee. Äh... Jein. Jein. Doch, ja. Vielleicht. Möglicherweise. Äh. Bin noch unentschlossen. Doch, glaub das war eine gute Idee. Da einfach mal voll rein zu rennen. Ohne irgendwie links und rechts zu schauen. Was da überhaupt ist. Aber... In das TDAI kein. Das ist doch irgendwie Gegner-Sinn. Ich mein... Die können eh nichts. Das sind nur so... Ja. Munitionsverschwender. Möchte ich mal. Sachen. So, links oder rechts. Links oder rechts. Bleibt es hier schon nicht gleich. Oh. Raketen. Raketen. Oder erinnert mich das jetzt? Äh... Ja. Keine Ahnung. Noch mehr Raketen. Das ist alles. Raketen. Okay. Oh. Shotgun. Na komm. Auf hoch hoch. Äh... Und jetzt? Jetzt häng ich da an einer unsichtbaren Wand. Ja. Die Wand ist scheinbar zu weit vorne. Und... Ist da hinten noch was? Da ist auch noch mal Munition. Die nehmen auch noch mit. Ach ja. Lauf halt so rum. Dummes Spiel. Und wir brauchen sie nicht. Wir haben schon volle Munition. Toll. Und... Da hängt noch jemand rum. Hey, was machst du da? Ich häng hier rum. Nein. Okay. Schlechter Wortwitz. Nicht lustig. Nicht lustig. So, Moment. War da noch was? Äh... Nein. Da war nichts mehr. Ach ja, richtig. Die Tür war da vorne, ne? Oder? War die Tür da vorne? Ja, da ist die Tür. Da ist sie. Da ist sie. Und wir... ...werden herzlich begrüßt. Und... Ja. Okay. Das steigt förmlich nach. Lauf hier rein und du bist tot. Ach nein. Ah! Jetzt sind wir da am Anfang, oder? Jupp. Da kam also auch der Gegner her. Und jetzt müssen wir... Ah ja, zur Tür da vorne. Wo war die Tür? Die Tür war da. Und diese Augen wollen mir nicht gefallen. Sie wollen mir einfach nicht gefallen. Oh. Mal speichern. Und... Ja, ja. Die ganze Wand fährt hoch. Aber ich muss die Tür aufmachen. Äh. Oh. Nein, Moment. Das möchte ich nicht. Jetzt letztlich möchte ich wissen, was passiert, wenn ich das Auge drücke. Ich piekste jetzt ins Auge. Oh, komm. Bleib halt offen. Äh. Hä? Äh. Moment. Kommen wir da am selben Punkt raus, oder? Ist da irgendein Unterschied? Okay. Es ist immer eine Industriezone. Und zwar... Direkt vom Exit? Moment. Yes. Und wo kommen wir raus, wenn wir da rechts reingehen? Na komm, klar. Ah, nein. Tür geht wieder zu. Okay. Und... Wo kommen wir hin, wenn wir da rausgehen? Auch in die Industriezone. Auch direkt zum Ausgang. Das macht überhaupt keinen Sinn. Den drücken wir mal noch nicht. Äh. Okay, dann... Okay, dann... Map 16. Dann haben wir die Hälfte der Maps schon geschafft. Oh. Wenn man die... Äh... Spezialwelten nicht mit einberechnet. Äh. Extra Level. Und... Mann, ist der Kerl hässlich. Ich hatte ja ein Glück, dass er tot ist. So hässlich, wie der ist. Und da brauchen wir den gelben Key. Speichern. Sonst müssen wir das nochmal machen. Auch nix. Und da ist... Ach komm, geht halt weg. Ihr nervt einfach nur noch. Ufff! Ich seh die einfach nicht. Ich seh sie immer wieder nicht. Und ich nehm wieder wieder den Raketenwerfer. Ich bin nicht so blöd, die Jengen zu nehmen. Sieht so aus. Und was ist es? Bist du? Du bist tot. Du bist tot. Und wir... Tot. Ich hör schon hier irgendwas Spinnen laufen. Och, ich hasse diese Spinnenviecher. Pfff! Komm. Ist jetzt doch gar nicht wehr, die Doppelloffie zu nehmen. Ich erschieße euch mit der Normalen. Pfff! Feuer! Feuer! Oh, 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 oh! Nein, nein. Das ist nicht fair. Der hat zwei Raketenwerfer. Höh! Höh! Geh weg! Geh weg! Wo kommt... Ja! Komm, nein! Du hast zwei Raketenwerfer. Das ist nicht fair. Komm, stirb. Und wo schieße ich denn hin? Und wo schieße ich denn hin? Sind das überhaupt Raketen? Oder schießt ihr einfach nur Feuerwelle? Ist das wichtig? Und ich kann die Spinnen hören. Ich kann sie hören. Man kann sie kaum überhören. Und ich kann nicht rein. Das ist jetzt erst mal gut. Pfff! Dann kann sie nämlich auch nicht raus. Und ja, ich schieße mal wieder Kilometer weit vorbei. Mit der Stoßflinte aus einem Meter Entfernung. Ich schieße vorbei. Kein Problem für mich. Sie kann wieder doppel... Läufigen und jetzt sterben. Shit! Du sollst sterben! Mann! Das ist so schwer! Einer. Zwei. Drei. Alle guten Dinge sind drei. Jawohl. Health. Vier. Ich sag doch, alle guten Dinge sind drei. Drei, nicht vier. Andererseits mit drei Rädern fährt sie schlecht, ne? Und das Satsrat brauchen wir ja auch noch. Und tschüss. Naja, gleich mal vier aufgesammelt. Und ach du scheiße. Warum ist das immer so fiel sein? Komm. Bist du tot? Sie ist tot und... Totenschädel. Nein! Ach! Es ist so schwer, die richtige Waffe zu nehmen. Für mich scheinbar schon. Äh, wupp. Hallo! Keine Secrets. Nein. Keine Secrets. Aber helf! Hilf! Mitkill! Yeah! Zwei, drei Pflaster und es geht uns wieder gut. Rechter lang? Nein. Sieht immer so verlockend aus, als könnte man da lang. Ja, toll. Ich hab dich auch lieb. Da, schluss, da, da. Ja, voll ins Auge. Das kann ins Auge gehen. Ha, 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 ha. Die Lust. Jetzt, hör auf auszuweichen, du. Oh, wie viel sind denn das? Ach ja, und schön reinlaufen. Immer schön reinlaufen. Ach hier. Ah ja, ich sterb gleich noch. Ich sterb gleich noch. Da war ich dem. Ich bin mal wieder äußerst mutig. Stirb. Bessere Knarre gibt's gegen die Viecher, nicht, hab ich das Gefühl. Nein, die sind tot. Stirb. Ah, ah, ah.